Zufrieden kann man nach dem Spiel nicht sein als Trainer, oder? Nein, da waren wir sehr ungenau im Passspiel und wenige Torchancen kreiert. Horn ist sehr tief gestanden, haben wenig bis keine Lösungen anbieten können und sind dann auch unglücklich mit 1-0 in die Halbzeit gegangen. Normalerweise musst du da mit 0-0 reingehen, weil Horn hat auch keine Torchance gehabt in der 1. Halbzeit. Der 2. Halbzeit war einfach ein sehr ungenaues Spiel, hat nach vorne wenig Möglichkeiten gekriegt und es war keine gute Leistung von uns. Es war in Wahrheit eine unnötige, aber verdiente Niederlage. Falim Ayulu hat dein erstes Ziel für Blau-Weiß gespielt. Du hattest sicher, dass es besser wäre, nicht? Ja, ja, ja. Ich bin stolz und glücklich, dass mein erstes Ziel gespielt hat, aber wir verlieren heute und jetzt müssen wir auf den nächsten Spiel fokussiert werden. Es ist am Montag, also wir müssen bereit sein. Am Montag geht es direkt gleich weiter, insofern kann man sich eh nicht lange mehr damit beschäftigen mit der Partie gegen einen natürlich auf andere Art und Weise angeschlagenen Gegnern mit Wacker Innsbruck, aber dementsprechend sicherlich umso mehr sportlich motiviert. Wie werden wir da weiter machen? Ja, wir werden uns wieder gut vorbereiten, auch wenn es noch eine kurze Zeit ist, aber morgen mit Regeneration sein, dann bereiten wir uns am Sonntag gut vor auf den nächsten Gegner und dann schauen wir, dass wir eine Reaktion zeigen und von eigenem Publikum, dann im eigenen Stadion die drei Punkte wieder für Blau-Weiß holen. Wie hat es dir gefühlt in Linz und mit dem Team so far? Hast du eine gute Reception von dem Team? Ja, 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 sehr gute Reception. Es ist ein holler Spieler als ich. Ich habe viel gelernt, viel Erfahrung, ich habe viel Erfahrung, ich fühle mich sehr gut und ich bin froh, dass ich mein erstes Spiel gewonnen habe und ich hoffe, dass es nicht der letzte, um das Team zu helfen, das Maximum zu helfen. Alright, danke sehr. Danke. Danke, Mann. Wir sind weg.